Wer ist eigentlich der Dämon Belfigur? Ich sage es dir, Belfigur ist bekannt als Dämon der Faulheit, der Menschen mit falschen Versprechen und Verlockungen in Trägheit stürzt. Seine Macht, selbst den stärksten Willen zu brechen, ist berüchtigt. Obwohl in der Kunst oft als grottesches Monster dargestellt, gibt es in der Mythologie keine klare Beschreibung seiner physischen Erscheinung.